Ja, also ich habe einen Lehrstuhl für geometrische Analysis. Das ist ein Fachgebiet der Mathematik, beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Krümmung von Flächen und hat diverse Anwendungen auch in der einsteinischen Relativitätstheorie und man kennt das noch ein bisschen aus der Schule mit Integralen und Ableitungen. Das sind so die Tools, die ich verwende in meiner Forschung. Ja, so ein wichtiges Projekt, was ich jetzt gerade angestoßen habe, wofür ich auch Fördergelder von der Universität bekommen habe, ist in der digitalen Lehre. Da wollen wir Lehrvideos aufnehmen und die in Vorlesungsskripte einbinden und da habe ich Hiwi-Studenten und Mitarbeiter bekommen, die da mitarbeiten sollen und langfristig sollen sogar auch die Studierenden selbst Lehrvideos aufnehmen und das dann interaktiv mit dem Skript eingebunden werden soll. Ja, ich komme hier aus der Gegend. Ich bin in Offenbach geboren, im Westerwald aufgewachsen, in Limburg an der Lahn. Kennt man vielleicht so ein bisschen von dem Bischof noch damals. Und ja, war jetzt sehr lange unterwegs, Baden-Württemberg und diverse Ausnahmsstationen, USA und Wales insbesondere. Und bin jetzt froh, wieder hier in der Gegend zurück zu sein, nah bei Familie und Freunden. Und auch am Institut habe ich diverse Kollegen, mit denen ich sehr gut zusammenarbeiten kann. Und deswegen passt das sehr gut zusammen.